Jo Freunde, da sind wir wieder Resident Evil 4 Remake Komplettlösung Kapitel 3 und heute holen wir wieder alle Schätze, alle Sammelobjekte und alles was es hier so zu finden gibt, was wir in Kapitel 3 holen können. Und da starten wir direkt los. Also Freunde, Däumchen hoch und Abo nicht vergessen, damit wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Und wir gehen einmal los, indem wir hier aus dem Haus rausgehen, wo wir diese Cutscene hatten und da sehen wir unseren Kumpel, den Hund, der ist tatsächlich noch am Leben. Das freut uns natürlich alle. Die Entwickler hatten uns ja schon geschockt, dass dieser Hund vielleicht gestorben sind. Gerüchte gab es da, Gerüchte um Gerüchte. Aber er lebt noch wunderbar, deswegen befreien wir ihn hier direkt mal aus der Bärenfalle raus und er haut dann erstmal ab. Vielleicht sehen wir ihn später nochmal wieder, wer weiß, wer weiß, nicht zu viel Spoilern. Deswegen gehen wir jetzt hier erstmal weiter, ignorieren den Dude erstmal. Den Schlüssel haben wir jetzt bekommen, also können wir hier durch die Tür durchgehen, durch diese Metalltür hier, durch diese große und können dann quasi zurück ins Dorf gehen und uns dort noch die Sachen holen, die uns quasi in Kapitel 1, die wir in Kapitel 1 nicht erreichen konnten. Deswegen gehen wir hier einmal durch die silberne Tür durch, bis wir dann zurück im Dorf sind. Hier machen wir dann erstmal alles platt, was wir soweit finden. Und hier können wir uns also jetzt noch den Edelstein holen, der uns am Kapitel 1 gefehlt hat, aber vor allem auch die Schublade öffnen, denn wir haben ja noch einen Schlüssel übrig. Heißt, wir gehen dann einmal hier in das Gebäude, wo die Schublade eben war und springen dann einmal kurz hier durch. Zack, hier die Tür rein. Achtung, da ist ein Gegner hinter euch. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, nicht, dass euch die Axt in die Schulter rammt. Ja, dann machen wir einmal platt, hat mich tatsächlich ein bisschen erwischt, ist aber halb so wild. Knallen wir einmal weg, die gute Frau, so und dann nehmen wir uns hier das Schießpulver noch mit. Dann gehen wir hier einmal durch, Achtung, hier ist so eine Kontaktfalle, die entschärfen wir natürlich einmal und können dann hier hoch und uns den restlichen Loot holen. Falls ihr hier noch was vergessen habt in dem Dorf aus Kapitel 1, könnt ihr das jetzt natürlich auch noch alles nachholen. Springen wir erstmal einmal hier aus dem Fenster. Das ist der Stein, den wir uns hier noch holen, Seidenkristall. Springen wieder durch das Fenster zurück und können dann hier rüber und entsprechend rausgehen. Springen einmal hier runter, zack, gehen jetzt hier in dieses Häuschen rein. Da war nämlich diese Schublade noch verschlossen, die holen wir uns einmal. Natürlich nicht mit den coolen Nike-Schuhen in die Bärenfalle laufen, sondern einmal hier rein und die Schublade öffnen. Schlüssel benutzen, den haben wir noch übrig. Schublade aufgemacht und da finden wir einen alten Kompass. Den können wir natürlich wieder Gewinn bringen, gegen P-Zetas verkaufen und ja Freunde, gehen wir hier weiter. Das ist ja alles hier eingestützt so ein bisschen. Machen wir hier Schloss auf und öffnen dann hier entsprechend die Tür. Achtung, nicht einfach durchstürmen, denn da ist wieder so eine Kontaktfalle. Gehen wir einmal hin und entschärfen die. Ja, dann können wir hier weitergehen. Kommen jetzt gleich noch ein paar Gegner, sammeln hier natürlich noch das ganze Zeug ein. Gehen dann hier weiter durch die Tür und machen die nächsten Gegner platt. Einmal Tür aufmachen, Achtung, verrückte Frau im Anmarsch. Also einmal platt machen und dann geht es weiter, bis wir hier zu dieser Kirche kommen, zu dieser Tür, die sie öffnen. Und ja, hier gibt es ein bisschen Loot, sammelt ihr euch am besten ein. Vor allem gibt es hier aber auch eine Schlange, die brauchen wir später noch. Deswegen schnappen wir uns die einmal, schießen die einmal ab. Die Schlange könnt ihr natürlich auch mit dem Messer machen. Später vielleicht am besten mit dem Bolzen, damit ihr da keine Munition verbraucht. Und genau, dann haben wir das. Die erste Schlange haben wir nochmal. Wir brauchen insgesamt drei Stück in diesem Kapitel, um eine Aufgabe zu erfüllen. Nehmen uns hier noch die Rohstoffe mit. Die Schlange ist im Gepäck. Die verkaufen wir dann später einfach beim Händler. Nicht essen, nicht benutzen. Wirklich später beim Händler verkaufen, weil ihr braucht davon drei Stück, den ihr ihm geben müsst. Nehmen wir hier noch die Pistolenmunition mit. Dann ist da hinten so ein gruseliges Bild. Da gucken wir mal, was hier noch alles Schönes rumliegt. Das Bildchen hier, crazy, crazy, crazy. Das schauen wir uns kurz an, machen hier die Schublade auf, bzw. das Schränkchen, nehmen hier nochmal die Rohstoffe mit. Können uns natürlich nochmal ein bisschen Schießpulver machen, alles was ihr noch braucht, also ein bisschen Munition herstellen. Und gehen dann weiter rüber in das Esszimmer, in den Essensbereich. Da gibt es nämlich noch einen Stein, seht ihr hier auch auf der Karte, auf der Schatzkarte. Da ist noch ein kleiner Schatz versteckt. Schnappen wir uns hier noch ein kurzes Dokument und gucken uns hier nochmal kurz um. Ja, hier hinten die Schublade können wir dann noch aufmachen, Flintenmunition mitnehmen. Ansonsten können wir da oben dann so ein Ding sehen, wo wir wieder drauf schießen, um uns einen kleinen Schatz zu holen. So, einmal gut zielen, zack, und dann fällt das runter. Nehmen das Ganze mit, Seidenkristall, ziemlich cool, ziemlich wertvoll. Können dann auch weitergehen in den nächsten Bereich. Und ja, dann geht es entsprechend weiter. Dann nehmt ihr vielleicht noch hier das erste Hilfespray mit. Ihr kommt dann hier zu so einem Friedhof. Hier macht ihr erstmal alle Gegnerblatt und schießt dann diese zwei Dinger hier kaputt. Zack, könnt ihr natürlich auch mit einem Messer machen. Müsst ihr nicht unbedingt mit der Pistole drauf schießen. Grabschänder haben wir damit abgeschlossen, die nächste Aufgabe. Und können dann das wiederum beim Händler einlösen. Ja, lauft hier noch rum, geht da hinten noch in die Hütte, sammelt hier alles ein. Gibt jetzt nichts Besonderes nochmal hier, sondern macht hier wirklich alle Gegnerblatt. Und sammelt alles ein, was hier unterwegs noch findet. Und geht dann in Richtung Kirche. Da gehen wir jetzt nämlich hin. Kirche ist abgeschlossen, merken wir dann. Gehen hier an den Seitengang vorbei. Und kommen dann hier im hinteren Bereich der Kirche. Wir können dann hier hinten einmal hingehen. Da gibt es nämlich noch einen Schatz. Der liegt hier in der Truhe drin. Den nehmen wir einmal mit. Und können uns den dann holen. Den verschlossenen können wir entsprechend noch nicht holen. Wir gehen aber erstmal, gucken wir mal hier. Wir können auch schon mal hier in den Raum reingehen. Und hier auch schon mal alles looten, soweit, was hier wichtig ist. Vor allem müssen wir aber nochmal da hinten hin. Hier fehlt uns nämlich noch ein Schlüssel. Hier gibt es noch ein Foto von der guten Arschle. Okay, und ja, das gucken wir uns einmal an. Sammeln auf jeden Fall hier den ganzen Loot ein. Und gehen dann wieder zurück Richtung hinterer Bereich der Kirche. Gehen wir also wieder hier hinten zurück zu unserem Diamant, den wir ja noch holen wollen. Da ist nämlich hier eine kleine Truhe. Die machen wir auf. Da gibt es noch ein bisschen Rohstoffe. Die können wir natürlich auch mitnehmen. Ein bisschen umsortieren vielleicht. Oder direkt was herstellen. Geht natürlich auch. Und dann können wir uns hier genau nebenan noch die Kiste schnappen. Den nehmen wir uns dann auch mit. Da ist nämlich irgendwie so ein Anhänger oder so irgendwas krasses ist da auf jeden Fall drin. Machen wir auf. Hier Haarschmuck. Super geiler Haarschmuck. Nehmen wir einmal mit. Und gehen dann hier um die Ecke nochmal die Leiter hoch. Ich habe mir jetzt hier schon das Bolzengewehr geholt. Würde ich euch auch empfehlen. Ist nicht sonderlich stark, aber ich verbrauche damit keine Schüsse gegen Gegner. Gehen wir hier nochmal die Leiter hoch. Holen uns hier die Blendgranate. Und dann können wir zurück und durch diese Luke durch, die wir hier gefunden haben, um eben zum See zu kommen. Ja, gehen wir hier lang. Gehen hier unten die Luke durch. Und sind dann hier im unteren Bereich. Gehen wir hier weiter. Kommen dann entsprechend raus aus der Kirche. In einem anderen Gang. In einem anderen Weg. Und können uns dann hier gleich die nächsten Schätze einsammeln. Ja, bevor es weiter geht, machen wir hier hinten nochmal die große Tür auf. Bevor wir hier über die Brücke laufen, können wir dann schon machen. Hier geht es nämlich zum See. Da müssen wir einmal hin. Deswegen machen wir uns schon mal hier das Türchen auf, damit wir hier so eine kleine Art Abkürzung haben. Und öffnen das entsprechend, damit wir hier später auch wieder durch können. Einmal aufmachen. Zack. Und dann genau in die andere Richtung über diese Hängebrücke laufen. Da gehen wir lang. Und kommen dann in den nächsten Bereich. Kommen einige Gegner. Die machen wir entsprechend blatt. Wie gesagt, diese Bolzenwaffe finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Ist relativ schwach tatsächlich. Aber ihr verbraucht halt keine Munition. Ja, wenn ihr hier alles fresh gemacht habt, dann gehen wir hier in dieses kleine Hütchen rein. Und da finden wir dann die nächste Schlange. Machen das hier einmal auf. Können hier das Schießpulver mitnehmen. Und hier in der Truhe ist dann die Schlange. Das ist unsere zweite Schlange. Die nehmen wir natürlich mit. Wir brauchen die hier. Achtung, von hinten kommt dann so ein Dude. Hat mich persönlich erwischt. Aber vielleicht kriegt ihr den auch schon vorher platt. Ja, wenn wir den Dude platt gemacht haben, kümmern wir uns um die Schlange. Und holen uns dann quasi die Schlange ins Gepäck. Drei Stück brauchen wir insgesamt. Das ist die Nummer zwei. Um die Aufgabe des Händlers gleich zu lösen. Nehmen wir die Eimer also mit. Die gute alte Viper nicht benutzen. Ihr müsst die beim Händler verkaufen. Ganz wichtig. Und schnappen wir uns die Eimer. Ja, dann gehen wir weiter. Machen erstmal alle Gegner hier weiter platt. Kommt ihr hier zu so einem unteren Bereich mit einer roten Kiste. Da könnt ihr wirklich dann alle Flash machen. Wichtig ist hierbei, dass ihr hier den Schatz abschießt. Der befindet sich nämlich da hinten in der Ecke. Da ist er. Und einmal draufschießen. Und dann haben wir den auch schon erledigt. So, der fällt dann nämlich da runter in den unteren Bereich, wo wir später auch gleich hinkommen. Gehen dann einfach erstmal weiter. Ich habe da noch ein paar Bolzen vergessen. Ist aber für euch nicht schlimm. Gehen erstmal weiter, bis wir hier durch diesen Tunnel kommen. Und hier zu der gelben Kiste und dem blauen Zettel. Hier ist es jetzt ganz wichtig, dass ihr eine Blendgranate dabei habt. Und die habt ihr mit Sicherheit dabei. Denn so können wir uns jetzt gleich die nächste Trophäe holen. Und die kriegen wir, wenn wir quasi drei Gegner mit einer Blendgranate töten. Ja, und das Witzige dabei ist, dass natürlich Raben auch als Gegner zählen. Also diese ganz normalen Raben, die hier überall rumfliegen. Und da vorne sind jetzt gleich zehn Raben um die Ecke. Das heißt, wir knallen da einfach eine Blendgranate rein und können uns dann easy die Trophäe holen. Hier haben wir noch die neue Aufgabe. Nehmen wir die einmal mit, um hier entsprechend die blauen Medaillons. Die holen wir auch noch in diesem Video. Fünf Stück an der Zahl. Die finden wir eigentlich relativ easy. Aber vor allem jetzt schon mal Blendgranate rausrüsten. Nicht zu schnell durchraschen, anschleichen und die dann einfach da in die Mitte werfen. Ihr seht, da sind ein Haufen Raben. Da werfen wir die jetzt einmal rein und bam, haben wir alle Raben platt gemacht. Und die Trophäe bekommen wir dann direkt. Ja, da hinten ist dann noch ein Hund. Den macht ihr auch noch fresh. Und dann könnt ihr hier erstmal soweit alles einsammeln. So, wenn ihr hier alles eingesammelt habt bei einem Raben, dann schaut nochmal nach oben. Da gibt es nämlich da noch einen Schatz. Und dahinter ist nämlich noch so ein blaues Medaillon. Das schießen wir einmal ab. Mit der Sniper geht es natürlich auch. Die Schüsse wollte ich jetzt aber nicht verschwenden. Ja, sammeln alles ein hier bei den Raben und können dann einfach ganz normal den Weg weitergehen. Haben hiermit in diesem Bereich erstmal alles erledigt. Und ziehen erstmal weiter durch. Ja, dann kommen wir hier zu dem Händler. Dann könnt ihr hier mit dem Händler ja die Schlangen erstmal verkaufen und euch so ein bisschen ausrüsten. Und den ganzen wertvollen Zeug könnt ihr natürlich auch verkaufen. Hier ist dann ein Schießstand. Da solltet ihr einmal runtergehen und die drei Aufgaben lösen an dem Schießstand. Macht das ruhig. Da könnt ihr euren Koffer ein bisschen upgraden. Macht auf jeden Fall Sinn. Und tobt euch hier am Schießstand aus. Finde ich persönlich ein cooles Feature. Und wenn ihr fertig seid, geht ihr einfach wieder hoch. Ja, klettern dann hier die Leiter neben dem Händler runter. Und hier ist ganz wichtig, denn hier finden wir gleich noch eine schöne Wackelkopffigur. Die sammeln wir natürlich ein. Die wollen wir haben auf jeden Fall. Und schnappen uns die. So, hier hinten einmal Kiste, zack, platt machen. Und gehen dann hier hinten durch. Hier links um die Ecke. Und machen hier quasi, sehen wir, dass die Schublade noch zu ist. Die können wir aber später aufmachen, kein Problem. Gehen aber erstmal hier hinten in die Ecke zu dieser gelben Kiste. Denn hier ist noch ein Wackelkopf versteckt. Das hört ihr ja immer an diesen komischen Geräuschen, die hier in der Nähe sind. Und der befindet sich tatsächlich da oben. So, den machen wir einmal platt, diese Figur. Damit wir dann schon drei haben. Drei insgesamt. Falls ihr eine verpasst habt, schaut die Videos davor nochmal nach. In jedem Kapitel gab es bisher eine. Also schätze ich mal, dass sich das auch so beibehält. Es wahrscheinlich 16 Kapitel geben wird. Ja, Freunde. Gehen wir einmal komplett hier durch. Bis wir dann irgendwann an diesen See hier angelangen. Da ist unten das Boot, für das wir Benzin holen müssen. Und hier müssen wir uns noch ein bisschen umschauen. Denn wenn wir dann hier runter gehen in Richtung See und Richtung Boot quasi, können wir entdecken, dass da unten noch so ein blaues Teil ist. Und das schießen wir natürlich ab. So, ganz wichtig. Haben wir erledigt. Zwei von fünf. Können dann hier uns noch ein bisschen die Sachen looten. Boot geht jetzt aktuell noch nicht. Dafür müssen wir jetzt gleich mal Benzin erstmal besorgen. Das machen wir aber auch gleich. Also gehen wir erst nochmal hier durch. Schnappen uns alle Sachen, die hier unten liegen. Hier hinten liegt noch eine gelbe Pflanze. Die solltet ihr hundertprozentig mitnehmen, um eure maximale Gesundheit einfach zu erhöhen. Dauerhaft. Die liegt nämlich da an der Ecke. Die sollten wir uns schnappen. Nehmen wir uns hier noch das Küchenmesser. Und dann können wir eigentlich weitergehen, indem wir hier hinten die Leiter hochklettern. Und können dann gleich zum nächsten Abschnitt, zum nächsten Bereich kommen. Der ist ziemlich übel. Da kommen nämlich wirklich viele, viele Gegner. Die solltet ihr am besten erstmal alle platt machen, um dann dort in Ruhe die Sachen einsammeln zu können. Laufen wir also hier einmal durch die Hülle durch. Schnappen uns unser Magazin. Laden ein bisschen nach. Gehen da einmal durch. Und ja, da sind wir dann hier angekommen in diesem Bereich. Wie gesagt, erstmal hier alle Gegner platt machen. Ganz wichtig. Ich bin dabei schon ziemlich verletzt worden. Ist aber nicht schlimm. Ihr findet dann irgendwann hier so eine Stolperfalle. Die ist relativ in der Mitte von der Karte. Die entschärfen wir einmal. Schnappen uns hier die Flintenmunition. Und hier hinten auch noch die andere Munition. Ja, dann können wir nämlich einmal hier runterspringen. Und das ist ein bisschen verwirrend hier, dieser Bereich, finde ich persönlich. Gehen dann hier um die Ecke. Deswegen zeige ich das alles hier auch nochmal ein bisschen länger, damit ihr das so ein bisschen besser verfolgen könnt. Ja, und dann können wir nämlich hier in dieses kleine Hütchen gehen. Und da ist dann entsprechend das nächste blaue Teil. Schießen wir einmal drauf. Das schießen wir einmal ab. Können wir ruhig das Bolzengewehr nehmen. Denn die Bolzen können wir ja wieder einsammeln. Das macht Sinn, wenn es bei uns in der Reichweite ist. Ja, sammeln hier alles ein. Die nächste blaue Medaille haben wir abgeschossen. Und hier ist noch eine Schlange drin. Das ist die dritte Schlange, die wir benötigen, um unsere Quest zu erfüllen. Die Schlange auch auf keinen Fall essen, sondern wieder beim Händler verkaufen. Und dann haben wir drei Schlangen. Drei von drei, die wir brauchen, um die Aufgabe zu erfüllen. Denn er braucht irgendwie drei Schlangen, um seinem Kumpel da zu helfen. Ja, das haben wir dann also schon mal abgeschlossen. Können dann hier entsprechend weitermachen. Die restlichen Schätze einsammeln. Und es gibt auch noch ein paar Medaillen hier zu finden. Und die schnappen wir uns jetzt. Gehen also erstmal ein bisschen weiter. Suchen uns die nächsten Sachen zusammen. Und dann schauen wir mal, wo der Rest ist. Ja, hier in der Mitte ist noch so ein Baum mit so einem Vogelnest. Da könnt ihr natürlich einmal draufschießen. Irgendein Vogel hat sich da wieder Munition ins Nest gelegt. Die können wir natürlich mitnehmen. Flinten Munition. Und dann geht es weiter hier in diesem Bereich. Im hinteren Bereich gehen wir einmal hier lang. Und versuchen jetzt die Sachen hier im hinteren Bereich zu holen. Gehen hier einmal unter der Brücke durch. Beziehungsweise schauen wir uns erstmal an. Da hinten ist noch ein Schatz. Und zwei blaue Medaillons. Die schnappen wir uns natürlich. Gehen dann einmal hier lang. Ist wirklich ein bisschen verwirrend das Ganze. So, hier sind wir jetzt. Ich zeige deswegen immer auch nochmal zwischendurch die Karte. Da hinten ist nämlich noch so ein blaues Teil. Und da schießen wir einmal drauf. Haben wir das erledigt. Das war hier. Und dann gehen wir dann da rüber. Und schnappen wir uns noch das nächste blaue Medaillon. So, gehen also wieder zurück. Gehen hier über die Brücke. Am besten nicht über das Stolperkabel treten und die Explosion auslösen. Wir müssen aber hier auf die Brücke. Und da gibt es nämlich noch eine Kiste da unten. Und ein blaues Teil. Und da springen wir einfach mal hier runter. Und dann können wir unter der Brücke quasi durchlaufen. Um diese Sachen einzusammeln. Gehen wir hier unter der Brücke durch. Schnappen uns hier hinten die Kiste. Zack. Einmal mitnehmen. Sechseckiges Teilstück. Und dann können wir uns umdrehen. Und dahinter ist dann gleich hier dieses blaue Ding. Somit haben wir das abgeschlossen. Alle fünf blauen Teile erhalten. Ja, Freunde. Und dann gehen wir hier weiter. Und gehen dann da in diese kleine Hütte rein. Ja, bevor wir das machen, gucken wir uns nochmal hier um. Gehen hier im hinteren Bereich, nämlich da lang. Und können hier nämlich noch so einen Schatz finden. Der hängt da wieder an der Seite. Schnappen uns den. Antike Pfeife. Und jetzt können wir wieder dahin gehen, wo wir bei der Brücke runtergesprungen sind. Und da gehen wir einmal hin, denn da gibt es im hinteren Bereich noch so ein kleines Häuschen. Da müssen wir einmal hin. Und vor allem gibt es da auch noch einen kleinen Schlüssel. Alles ein bisschen verwirrend hier, aber ja, was sollen wir machen? Gehen hier wieder auf die Brücke drauf quasi, wo wir eben auch waren, um diese Schätze einzusammeln. Und gehen dann hier, also hier sind wir ja runtergesprungen. Da hinten sind wir durch die Brücke durchgegangen. Und hier ist dann dieses Häuschen. Und da in dem Haus finden wir dann das Benzin. Wir hauen erstmal hier den Raben um. Komischerweise hat der Rabe auch immer Schießpulver dabei. Keine Ahnung, wie er das wiederum gemacht hat. Aber wir gehen hier hinten einmal in die Hütte rein, machen das Schloss mit dem Messer weg, gehen da durch, schnappen uns hier dieses Hühnerei, aber vor allem auch das Benzin. Und hier in dem Raum gibt es auch noch einen Schatz. Benzin nehmen wir also mit. Schatz ist hier oben, hängt der irgendwo, da an so einem Balken. Da ist er. Knallen den einmal ab. Holen uns hier dieses Schatz raus. Das ist nämlich eine Münze, die können wir am Schießstand einwechseln. Und jetzt gehen wir hier raus und da rechts ist noch so ein kleiner Schuppen um die Ecke. Da gehen wir auch noch mal kurz rein. Denn in dem Schuppen gibt es noch eine Schublade mit einem kleinen Schlüssel. Und diesen kleinen Schlüssel können wir wiederum verwenden, um eine andere Schublade zu öffnen. Also gehen wir hier wieder komplett jetzt zurück zum Anfang. Wir haben jetzt hier alles erledigt, Benzin eingesammelt. Und jetzt müssen wir zurück, dort wo wir den Händler getroffen haben. Denn wir müssen jetzt einmal den kleinen Schlüssel einsetzen, um hier wirklich alles zu bekommen. Und erst danach mit dem Boot, ja das Benzin in das Boot lassen. Also erstmal zurück zum Händler, das Boot vollkommen ignorieren. Wir gehen da einmal hier oben einfach lang, springen da runter und können dann zurück zum Händler gehen. Einmal hier runterjumpen, das traut er sich, der Leon. Und dann gehen wir hier rüber, gehen da hoch und so kommen wir dann auch wieder zurück. Ja, dieser Bereich fand ich super verwirrend meiner Meinung nach. Weil man sieht einfach so wenig und überall diese Holzspalten, Schuppen und was weiß ich alles. Ja, klettern wir auf jeden Fall wieder hier hoch. Können uns hier noch die Kiste mitnehmen. Falls ihr sie noch nicht habt, schnappt ihr euch die und sind jetzt quasi wieder auf dem Rückweg zum Händler. Denn dort verkaufen wir dann unsere ganzen Schlangen, können somit diese Aufgabe abschließen. Vor allem aber auch den kleinen Schlüssel benutzen, um den letzten Gegenstand zu holen, den wir hier finden. Also noch nicht hier runter zum Boot gehen, sondern einfach hier oben bleiben und zurück Richtung Händler gehen, um die kleine Schublade noch zu öffnen. Ja, ganz wichtig, dass ihr das macht, denn ihr kommt erstmal nicht so schnell hierher zurück. Und da gehen wir erstmal hier durch, zack, gehen entsprechend zurück zum Händler, geben unsere Schlangen ab und benutzen den kleinen Schlüssel, um die Schublade zu öffnen. So, das machen wir einmal und die kleine, die Schublade war ja hier unten, wenn ihr die Treppe runter geht. Also erstmal Kampf der Medaillons abgeben, dann nochmal hier verkaufen, die Schlangen verkaufen. Ganz wichtig, dass wir drei Stück verkaufen und dann haben wir das nämlich auch, die Vipan Jagd auch erledigt. Ja, und dann gehen wir hier runter und da ist dann eben der Schlüssel quasi für den Schrank, den können wir jetzt hier benutzen. Schrank aufmachen und damit haben wir auch den letzten Schatz. Ja, Freunde, und das war's für Kapitel 3. Da haben wir alles gelöst hier in Kapitel 3, wirklich alles eingesammelt, was wichtig ist, was geht. Natürlich gehe ich nicht immer auf die einzelnen Munitionskisten und so weiter ein, sondern wir sammeln wirklich nur die wichtigen Sachen, Schätze und Questgegenstände und vor allem auch, ja, die ganzen gelben Pflanzen. Ganz wichtig, ja, Freunde, und das war's für Kapitel 3. Lasst gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da, wenn ich euch helfen konnte, denn dann sehen wir uns vielleicht, beziehungsweise hören uns beim nächsten Video. Würde mich riesig freuen und ich sage, bis denn, macht's gut, adios und ciao, ciao.